Oh, Mann, ey. Ich hab totale Rückenschmerzen von diesem... von diesem harten Bett. Oh, okay. Oh, Mann. Soll ich eine Runde mit meinem Banjo spielen? Ich weiß nicht, Mann. Ich glaub, ich geh erstmal eine Runde auf Klo, oder? Ich kann ja auch das Banjo mitnehmen. Eine Jam-Session auf dem Klo wär nice. Oh, so. Mein Hintern juckt. So, hier erstmal aufs Klo. Nice. Oh, ja. Oh, die Burritos waren gestern nicht mehr so gut, die ich aus dem Müll gefischt hab. Oh, 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 oh. Oh, je. Oh, je. Lars? Herr Lars? Au! Gott? Gott. Bist du's? So. So, so, so. Es reicht. Es reicht. Hallo, Sir. Nein, nein, nein. Gebt mir das her. Soll ich hier einen Track auf... Ey, mein Banjo. So. Das reicht. Sie haben keine Miete bezahlt. Zehn Monate. Ich wohne in der Holzhütte. Diese Wohnung hat 10.000 Euro Miete im Monat und Sie haben sie nicht bezahlt. Verstehen Sie das? Ich, 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 ich werde demnächst anfangen. Ich schwör's. Ich hab, ich hab schon einen Job. Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Nein, nein. Es reicht. Sie fliegen aus der Wohnung raus. Ich klau's mit Ihnen. So. Und das Auto. Das Auto nehme ich mit. Das gehört jetzt nämlich auch nicht mehr Ihnen. So. Ich wünsche Ihnen ein schönes Leben. Das war gar nicht mein Auto. Das ist mir egal. Dann klau ich das Auto von Ihrem Nachbarn. So. Wir sehen uns. Und nie wieder sehe ich Sie in dieser Wohnung drin. Sie sind jetzt obdachlos. Obdachlos? Komm mit, doch Auge. Ich kann nicht obdachlos sein. Aber vielleicht kann ich mir, vielleicht kann ich mir ein Auto besorgen oder sowas, um da drinnen zu pennen. Ich glaube, ich gehe dann einfach mal zum Autoladen. Sir? Guten Morgen, Sir. Oh, Sie liegen wieder auf dem Boden. Einen Moment. Ich kann Ihnen aufhelfen, Sir. Für was? Wachen Sie auf, Sir. Hey. Heute ist ein wundervoller Tag. Guten Morgen hier in Schaukelpferdchen. Wer sind Sie? Ich bin Sir Lasalot. Hä? Sir Lasalot? Ach so. Steht zu Ihren Diensten. Sie sind mein Diener, richtig? Steht zu Ihren Diensten. Ah, okay. Da, ich muss jetzt erstmal aus meinem Pyjama rauskommen. Blicket auf, welches tolles Wetter draußen herrscht. Oh, okay. Ich muss mir jetzt erstmal ein paar neue Klamotten anziehen. Oh, was ziehe ich denn heute an? Oh Gott, ich habe viel zu viele Klamotten. Ich muss auf jeden Fall meine Geldbrille tragen. Dann muss ich meinen... Ich trage auf jeden Fall heute mein teuerstes und bestes T-Shirt. Und zwar das glänzende Gold-T-Shirt. Und dazu noch meine Goldhose. Ja, ich glaube, so kann ich rausgehen. Sir! Was denken Sie? Wie sieht es mit Ihrem morgendlichen Kekkerchen aus? Morgendliches Kekkerchen? Bringen Sie mich etwa aufs Klo? Treten Sie ein. Oh, aber Sie machen mir nicht die Tür auf, oder was? Das geht nicht. Oha. Okay. Dann gehe ich halt selber rein. Okay, okay. Also. Dann setze ich mich mal aufs Klo. Oh. 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 Okay. Dankeschön, Sire. Ich bin fertig. Okay. Vielen Dank. So, was steht heute auf der Agenda, Sir Larsalot? Kommen Sie mit mir nach unten. Erstmal ein bisschen frühstücken, Sir. Okay, ich komme mit. Entschuldigung. Okay, okay. Was gibt es denn für ein Frühstück? Au, au. Sir Larsalot. Wieso stehen Sie nicht auf, Sir? Es geht mir wieder gut. Okay. Was gibt es denn für... Au, au, au. Au, au, au. Was gibt es denn hier heute zum Frühstück? Nachdem wir durchgeschüttelt wurden, gibt es heute ein leckeres Frühstück. Moment, ich muss nur noch kurz mich in Ihrem Riesenhaus zurechtfinden. Ach. Ah ja, hier. Das Haus ist doch gar nicht so riesig. Ah. Was gibt es heute zu essen? Wrestling Chip. Ich habe da nicht so viel Bock drauf, Sir Larsalot. Lass uns lieber gleich zur Arbeit fahren. Ich habe nämlich viel zu viel zu arbeiten. Oh, Mann. Okay, Sir. Wollen Sie heute nicht ein Bad nehmen, Sir? Ein Bad nehmen? Hm. Vielleicht nehme ich doch ein kleines Bätchen. Oh. Sie ertrinken, Sir. 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 Na ja, gut. Dann muss ich mir einen neuen Arbeitgeber suchen. Na, ich bin wieder wach. Hey. Sir Larsalot? Spielen Sie mir etwas auf dem Klavier. Wie geht es Ihnen heute? Und wie geht es Ihnen heute? Es geht mir schön, Sir Larsalot. Sir Larsalot. Bringen Sie mich zur Arbeit. Okay. Magic Motors? Oh, Junge. Vielleicht ist da wirklich ein Gefährt dabei, was ich mir leisten kann. Dass ich endlich nicht mehr obdachlos bin. Yo. Wow. Das ist eine richtig fette Karren, Mann. Da sagt er, Mann, ich wünsche, ich könnte besonders leisten. Wieso? Wie viel kosten die Dinger denn? Guten Tag. Hallöchen. Interessieren Sie sich für unsere Supersportwegen? Nee. Nee. Ich wollte nur so sagen. Kommen Sie doch mal mit rein. Oh, jemand ohne Geld kommt hier nicht einfach so her. Können Sie das da oben lesen? Magic Motors. Ja. Der Bereich für Autos. Ich würde aber schon gerne nach draußen gehen. Dass man sich gar nicht vorstellen kann, wie teuer sie sind. So. Oh ja. Wie gefällt Ihnen dieser Wagen? Ach. Wissen Sie was? Ich bin mir ganz sicher, der ist bestimmt so günstig für Sie. Sie wollen bestimmt so einen V8 Dieselmotor. Schön. 22 Zoll Felgen. Das Ding macht Krach in der Nacht. Bang, bang, bang. Bang, wissen Sie, wie ich meine? Mhm. Ja. Ja. Im schönen, im schönen Marquise Yellow Green als Farbe. Au. Bei mir ist das rot. Wie jetzt? Das ist rot bei Ihnen. Bei mir ist es rot. Das kommt davon, wenn man, glaube ich, zu viel Geld hat. Also. Ähm. Gut. Sie haben sich ja... Wollen Sie vielleicht alle Autos hier drin kaufen? Wie viel Geld haben Sie denn zur Verfügung? Äh. Ich hätte da ein bisschen was noch in meiner Hosentasche, wenn ich ganz kurz gucke. Moment. Ich habe da vielleicht... Also. Eine Million oder zwei Millionen? Ich bin stolzer Besitzer von 25 Cent und vier Fammflaschen. Alles klar. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass Sie heute hier waren. Ja. Und wünsche Ihnen auf jeden Fall noch einen wunderbaren, wunderschönen Tag. Verzeihen Sie sich! Und lassen Sie sich auf jeden Fall niemals wieder blicken, Sie armer Schlucker! Oh, meine Güte, Mann. Ich muss jetzt erst mal meinen V8-Motor rausholen, um mich ein bisschen abzureagieren. Oh, Mann. Was soll ich denn jetzt machen als Obdachloser? Ich habe kein Haus. Ausgebiegt, Obdachloser! Ähm, 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 ähm. Ich habe kein Haus. Ich habe kein Auto. Ich habe keine Freunde. Das ist ja die einzigen Freunde, die ich habe. Fische. Das sind wahrscheinlich die einzigen Freunde, die ich habe. Mim, 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 mim. Mach's den Weg, du Armer Schlucker. Hey, rausgeher! Oh, ich habe so Hunger. Ich habe so Hunger. Kann mich vielleicht jemand per Anhalter mitnehmen? Hallo? Ah, sieh weg, du Penner! Okay, dann laufe ich einfach zu Fuß. Ich möchte arbeiten gehen. Dankeschön. Oh Gott. Was haben Sie denn hierhin geparkt? Oh. Steigen Sie ein. Ist das etwa eine Limousine? Oh. Okay, okay. Was haben wir noch für Auswahl? Normales Auto, altes Auto, Motorrad, Golfkart, noch ein Motorrad, noch ein Auto. Sir Larsalot, Sie können alle diese Autos verkaufen. Ich schenke Ihnen die Autos. Fahren Sie mich bitte zur Arbeit. Vielen Dank. Ich sitze hier. Oh, ja. Sie wissen, wo ich arbeite, Sir Larsalot. Ich habe keinen blassen Schimmer. Sir Larsalot, ich arbeite in der Innenstadt bei der Bank. Fahren Sie mich jetzt zur Bank. Zur Bank. Jawohl, Sir. Dafür müssen Sie auf jeden Fall in die andere Richtung fahren. War nur ein Test, Sir. Wir können doch mit Ihrem Privatflugzeug fliegen. Mit meinem Privatflugzeug? Hm, das klingt schon ganz gut. Aber warum haben Sie nicht sofort das Privatflugzeug angesprochen? Ach, wir fahren direkt zur... Das ist mir ein Fall, Sir. Ach, so. Okay. Nun gut, nun gut. Dann halt eben vom Flughafen aus. Ab zur Arbeit. Puh. Ich setze mich dann gleich schon mal rein. Sir Larsalot, fliegen Sie mich jetzt zur Bank. Ich sitze hinten. Steigen Sie ein, Sir. Jawohl, jawohl. Fliegen Sie, fliegen Sie. Ihr Geld fliegt aus dem Flugzeug, Sir. Oh nein. Sie haben recht. Ich habe, glaube ich, zu viel Geld in meinem Geldbeutel drin. Aber Dr. Auge, die kleine Fledermaus, sammelt das schon wieder für mich ein. Deswegen... Ich lande auf der Straße. Ist das Ihnen recht? Ja, das ist in Ordnung. Entschuldigung, Sir. Ich bin dumm, Sir. Ah, Sie sind ein Trottel, Sir Larsalot. Bringen Sie mich jetzt sofort zur Bank. Ich weiß selber nicht, wo diese Bank sich befindet. Moment, ich klaue Ihnen ein Motorrad von diesem Biker. Ich fahre jetzt mit einem geklauten Auto selber. Wir treffen uns bei der Bank. Sir Larsalot, ich habe den Weg zur Bank gefunden. Holen Sie mich danach ab, nachdem ich hier fertig bin mit meiner harten Arbeit. Ich werde ein Motorrad klauen, Sir. So. Hallo und willkommen zur Bank. Hallo, Sir. So. Oh, 35.544 Wobbly-Dollar in meiner Tasche. Oh yeah. Das ist ein reicher Mann. Okay. Puh, da habe ich jetzt aber auch genug gearbeitet, muss ich schon sagen. Sir Larsalot? Oh, das ist ja gar nicht... Ich bin auf dem Weg, Sir. Das ist ja gar nicht, Sir Larsalot. Sir Larsalot, ich habe hier gerade Ihre Zwillingen gefunden. Wo sind Sie denn? Ach, Sir Larsalot. Ich bin vor der Tür. Warum haben Sie nur dieses billige Gefährt? Sie wissen, ich steige nur in eine Limousine ein. Oh Mann, ich habe so Hunger. Oh Mann. Wie viel kostet denn so eine Pizza? Stehen hier irgendwo Preise? Okay, egal. Hallo, hallo, Pizza pronto. Oh, nein. Pronto, Pizza, Hermano. Ui, 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 ui. An die Kasse mit dir. Uapa. Na? Okay. Ich wollte nur gerade fragen, weil draußen keine Preise stehen. Wie viel kostet denn eine Pizza von Ihnen? Eine Pizza ist bei 17,95 Euro. Wovli-Dollar. Pa, pa, pa. Äh, kann ich das vielleicht später bezahlen oder sowas? Ich habe jetzt gerade... Oh, was? Entschuldige. Pardon? Später bezahlen? No, no, no. Äh, Hermano. No, 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 Hermano. Raus mit dir später zahlen. Was ist das? Raus mit dir. Raus. Okay, okay. Ich gehe, ich gehe, ich gehe. Aua. Hey, hey, hey. Raus vom Grundstück. Passen Sie mich nicht an. Passen Sie mich nicht an. Weg vom Grundstück. Sie sollen weggehen. Ganz weg. Okay, ich gehe, ich gehe. Komplett. Hinterhecke. Tschüss. Tschüss. Hey, tschüss, tschüss. Weg gehen. Ich gehe weg. Ich gehe ja weg. Ich gehe ja weg. Keine Geld. Keine Geld. Nein, 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 nein. Oh, 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 oh. Okay, ich glaube, er ist weg. Aber vielleicht... Vielleicht werfen die ja irgendwas in den Müll oder sowas, was ich da rausfischen kann. Der Müll hat mich bisher noch nicht enttäuscht. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass vielleicht hier irgendwas in der Mülltonne sein könnte. Äh. Ich könnte die auch mitnehmen, einfach. Ich könnte diese Wasser wegmachen. Da kommt der russische Pizzalieferant. Ich nehme einfach die Tonne mit. Hey. 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 Sie. Die Tonne gehört nicht Ihnen. Hören Sie auf, das sind unsere Mülltonne. Sie können mir meine Würde nehmen, aber nicht meine Mülltonne. Geben Sie Müll wieder zurück. Sie sind eine Pähner. Hören Sie auf. Mülltonne. Unsere. Aua. Man, suchen Sie eigene Müll. Meine Güte. Meine Güte. Er ist von einem Spanier zu einem Italiener zu einem Russen geworden. Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Ich möchte nun zur Pizzeria was essen. Das ging aber schnell. So, warten Sie hier draußen. Schauen wir das mal an. Jawohl. So, was haben wir denn hier drin? Oh Gott. Hier liegt ja einfach so Essen auf dem Tisch. Altes Essen? Was? Wie viel kostet das hier? Hä? Das Essen ist mir hier zu billig. Nee, das esse ich nicht. Boah, das ist ja viel zu billig hier. Sir Laselot, bringen Sie mich zum nächsten Burgerladen. Natürlich, Sir. Diese Pizza esse ich nicht. Das ist mir viel, viel, viel zu günstig. Sie fahren wie ein betrunkener Sir Laselot. Ich gehe sofort in den Rückwärtsgang, Sir. Okay. Ah ja. Das ist der Burgerladen. Oh, schauen wir mal da rein. Hier wird es bestimmt besser sein. So. Oh Gott. Oh Gott. Das ist ja ein ganz normaler Burger. Kein Kaviar drauf. Keine Garnelen. Oh, meine Güte. Sir Laselot, was für ein Ranzschuppen das hier ist. Puh, okay, okay. Wissen Sie was, Herr Laselot? Ich möchte heute gar nichts essen. Da esse ich lieber gar nichts. Natürlich, Sir. Sir Laselot, ich möchte mich, äh, ich möchte mich etwas entspannen. Fahren Sie mich zum Strand. Ich möchte zum Strand. Zum Strand? Ja, zum Strand. Sofort. Ich glaube, ich muss erstmal auf meine Yacht. Das ist mir hier ein bisschen zu stressig, Sir Laselot. Das ist so, puh, so nervig auch mit diesen ganzen Menschen hier. Oh Gott, oh Gott. Schnell, schnell, schnell. Sie wissen, wo der Strand ist. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Der Nase nach. Sie wissen es. Ich habe zum Glück noch in meiner Yacht etwas zum Essen dabei. Puh, da kann ich immerhin noch meinen Kaviar Burger essen. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, aber jetzt ganz schön schnell. Sir Laselot, nehmen Sie einen Jetski. Genau. Ich möchte einen Jetski später noch zum Fahren bekommen. Zum Glück habe ich noch meine Lieblingsklamotten und meinen Lieblingsduft Geld mitgenommen. Oh. So. Hier ist der, der, oh, hier kann ich tatsächlich endlich mein Bötchen rufen. Uiuiuiuiui. Das war jetzt aber auch wirklich ein sehr, sehr schlimmer Tag. So stressig. Ah. Sir Laselot, warum hängen Sie da in meinem Boot herum? Raus da. Ich muss jetzt hier erstmal ein bisschen in meiner Yacht herumfahren. Sir Laselot, kommen Sie schnell her. Darf ich mit aufs Boot, Sir? Nein, Sir Laselot, Sie bleiben auf dem Jetski. Das Boot ist nur für mich. Ach, was für ein schöner Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang oder wie auch immer. So lässt sich das Leben genießen, Sir Laselot, oder? Ja, Sir. Fahren Sie da... Nein! Oh Mann. Ich glaube, ich muss mir wieder einen neuen Butler kaufen. Ach, diese Butler sind so dumm. Oh Mann. Kein Essen. Kein Auto. Keine leckere Pizza. Ein Haus mehr. Keine Freunde. Kein gar nichts. Vielleicht sind die einzigen Freunde, die ich habe. Meine Meeresfreunde. Meeresfreunde, seid ihr da? Hallo? 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 Ja! Ja! Hey, aus dem Weg da! Ich muss hier parken, Mann! Oh meine Güte! So ein Teufel geht mal dem ab, Mann! Was ein tolles Leben! Ich liebe es auf meiner Jacht! Juhu! Ja, Mann! Jedem geht es gut, nur mir nicht. Juhu! Ja, Mann! Entschuldigung? Dürfte ich eine Runde Jet-Ski fahren? Oh yeah! Jet-Ski! Kostlos! Hallo? Wuhu! 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 Rückwärts fahren! Oh yeah! Darf ich auch eine Runde Jet- Oh! Kein Bock mehr auf Jet-Ski fahren. Ich nehme lieber den anderen Jet-Ski. Wuhu! 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 Okay! Ich glaube, ich werde jetzt mit diesem Boot einfach mal losfahren. Und nach einem Freund suchen, der mich versteht. Oh man! Was ein schrecklicher Tag! Mein Butler ist einfach gestorben und... Oh! Ich hab nichts gegessen! Oh! Das ist der schlimmste Tag meines Lebends! E這樣子! Ähm... Ihr? Hallo! Oh! Amin! Haha! Also... Ich habe gerade geweint. Wieso? Warum hast du geweint, Mann? Ich habe nichts gegessen, weil es im Laden nichts Gescheites zu essen gab. Willst du ein Brot mit mir teilen? Ein Brot? Ist da Lachs drauf? Ich weiß es nicht. Einfach irgendein Brot. Ich könnte mal in meiner Mülltonne wühlen. Moment. In deiner Mülltonne? Hey, geh weg. Das ist meine Mülltonne. Oh, okay, okay. Hey, warte, warte, warte. Hey, wenn du Bock hast... Wenn du Bock hast, kannst du auch zu mir nach Hause kommen. Wir können bei mir zu Hause ein bisschen Party machen. Hast du Bock? Party? Ja, mit Essen. Ich habe noch nie Party gemacht. Darf ich mit meiner Mülltonne kommen? Äh, nein. Dann kann ich nicht. Tut mir leid. Okay, dann nehmen sie halt mit. Ja! Okay, dann gehen wir Party machen! Juhu! Juhu! Ich meine too.